Hier würde ich Ihnen Folgendes vorschlagen, dass wir so vorgehen, dass wir zuerst uns die Videobotschaft anschauen vom Oberbürgermeister, danach würden wir den Ergänzungsantrag Dissidentenfraktion vorstellen, dann würden wir in die Fraktionsrunde einsteigen. Hier würde dann AfD, Herr Pinkert, beginnen. Okay, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, die Vorlage zur Begründung der gemeinsamen Solidaritätspartnerschaft der Städte Dresden, Stuttgart und Straßburg mit Schmelinski in der Ukraine steht nun auf dem Programm. Bevor wir jedoch dazu kommen möchten, wir Ihnen die Videobotschaft des Oberbürgermeisters, die er zu diesem Anlass übermittelt hat, präsentieren. Zwischen allen Städten besteht bereits ein sehr guter und konstanter Austausch zu den einzelnen Bereichen, für die die Partner künftig zuständig sein werden, sowie zu gemeinsamen Vorhaben, Aktivitäten im Rahmen der Vierer Partnerschaft. Die Unterzeichnung der gemeinsamen Solidaritätspartnerschaft durch die Stadtoberhäupter der vier Städte ist derzeit für Juni 2023 in Stuttgart geplant. Über den endgültigen Termin wird der Stadträte entsprechend rechtzeitig informiert. Und jetzt wird die Videobotschaft folgen. Stadter und die Die Überstattung sind Die Ausstattung der Städte der Städte, die Die Ausstattung der Städte der Städte ist für mich heute Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... ... ... ... ... ... ... Es ist nicht so, dass nur die Terroristen die Leute über die Bevölkerung, die in den Schulen, in den Schulen, in den Schulen, in den Kulturen, in den Kulturen, in den Kulturen, in den Kulturen. Und in diesem Zeitpunkt, in HMD, wurden schon schon viele verschiedene Rackets-Aberatungen. Ich bin ein paar Minuten nach dem Новigen, dass sie uns in den Schmolisch-Hmolisch verabschieden, die in den Schmolisch verabschiede, um ein paar Worte zu kaufen, um die Worte für die Worte zu verabschieden, mit ihr mit ihren Schmolisch-Hmolisch verabschieden. Und sie verabschieden, die in den Schmolisch verabschieden, weil ich in den Schmolisch verabschiede, und a few Sekunden nach dieser Kriegung von der Terrorismus war. Und das ist auch sehr, wenn man sieht, dass ein Auto zunmelt, ein Racket-Racket-Racket, die кров von ganz увollt und fuktitrage, und frucht und zubes und niederlösen und подарungen in diesem Auto. Die Europäische verhinderte unser E-Infrastruktur, weil sie wollten, dass wir nicht mehr schraubt, dass wir ohne Licht und nicht mehr, Aber wir sind. Und heute ist es in HMG, heute ist es in der Ukraine. Wir sind in der Zukunft. Wir sind und wir sind in der Zukunft. Heute machen wir alles für unsere Rechte. Ich möchte noch einmal danken Ihnen, dass Sie unsere Rechte für unsere Rechte. Wir sind Frontiere, die SPD-C材. Wir haben hier ein Wvard. Das ist Ihr Hazון. Wir haben Freiheit, demokratie, Menschen genommen Wir schützen die Freiheit, wir schützen die Souveränität, wir schützen die Freiheit und die Freiheit. Diese ценности Europa und Niemczech, insofern, sind für sich als Prioritete, als основne. Und das ist richtig, weil diese ценности auf die Menschen sind, sie für Menschen sind. Und heute, die Ukraine, die alle Menschen und jeder von uns zu schützen. Aber wir sind nicht so, dass wir uns nicht tun, absolut zu tun. Wir sind so, dass wir uns nicht so, dass wir uns zu kämpfen und zu erreichen. Und mit Ihrer Unterstützung und Unterstützung, das wird schneller. Und das wird für Menschen, für die Freiheit und für die Freiheit und für die Freiheit. Und heute haben wir, und auch unsere Freunde von Stundra und von Strasburg, haben wir, ich denke, in Europa, einen, ich denke, in diesem Jahr, ein ein Projekt der Zusammenarbeit und Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Gemeinden, zwischen Gemeinden und Gemeinden und Gemeinden. Das ist der 4-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde. Das ist der 4-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde. Das ist das 4-Kunde-Kunde-Kunde-Kunde. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Donhauser, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, ich danke, dass es uns ermöglicht worden ist, die Rede von Bürgermeister Smitschin zu hören. Ich möchte mich auch ausdrücklich bei der Stadtverwaltung für den sehr guten Vorschlag, der uns hier zur Beschlussfassung vorliegt, bedanken. Ich finde es gut, dieser Beschlussvorschlag geht ja auch auf einen Ergänzungsantrag, den der Stadtrat im März oder April im Zusammenhang mit dem Antrag Butscher der FDP-Fraktion beschlossen hat. Ich finde es sehr gut, dass die Stadtverwaltung hier einen aus meiner Sicht unerwartet guten Vorschlag mit der Zusammenarbeit mit Straßburg und Stuttgart hier vorgelegt hat. Wie wir gerade dem Video von Herrn Smitschin entnehmen konnten, ist es gerade auch diese Viererkonstellation, also mit drei Ländern, auch mit Frankreich, Deutschland und Ukraine, die diese Solidaritätspartnerschaft so besonders macht. Es geht um eine praktische Solidarität mit der Bevölkerung der Ukraine, die vom faschistischen Russland angegriffen wird. Und ich sage es auch ganz klar, aus meiner Sicht sind wir als Deutschland, als Dresden auch zur Hilfe verpflichtet. Es geht hier aus meiner Sicht nicht so sehr um eine kurzfristige humanitäre Hilfe. Es geht um eine langfristig angelegte infrastrukturelle Hilfe, konkret für eine bestimmte Stadt, eine bestimmte Region, die auch, sage ich mal, für uns anfassbar, erlebbar ist, wo wir die Probleme erkennen können und wo wir auch sehen können, wenn ein Fortschritt erzielt wird. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir sozusagen aus dieser rein humanitären Hilfe rauskommen und in eine langfristige infrastrukturelle Zusammenarbeit kommen. Und ich sage es ganz klar, aus unserer Sicht geht es natürlich auch um die Vorbereitung des EU-Beitritts der Ukraine. Unser Ergänzungsantrag ist eigentlich, sage ich mal, eine Kleinigkeit, aber ich denke, er sollte auch nochmal ausdrücklich vom Stadtrat ausgesprochen werden. Natürlich ist es gut, wenn die drei Oberbürgermeister hier diese Vereinbarung treffen, aber wir sollten, denke ich, auch vom Stadtrat das Signal aussenden, dass wir uns als Stadtrat, was auch die Stadtverwaltung, der Oberbürgermeister, alle Beigarten sich wünschen, dass die Dresdnerinnen und Dresdner, die sich für die Ukraine engagieren, auch insbesondere die städtischen Gesellschaften, die eben über dieses infrastrukturelle Know-how verfügen, dass die sich in diese Zusammenarbeit, diese Solidaritätspartnerschaft auch aktiv einbringen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir dieses Signal so senden, nicht im Sinne einer Verpflichtung, macht ihr, weil wir es nicht wollen oder können, aber wir sollten Ihnen zurufen, bitte bringt euch ein, nach euren Interessen, nach euren Möglichkeiten, wir wollen euch da nicht zwingen, aber wir wollen euch dabei unterstützen als Stadtverwaltung und als Stadtrat. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist, was wir in dieser furchtbaren Situation, tun können, ist aus meiner Sicht praktische Arbeit für den Frieden, die wir ergreifen sollten. Ich habe vielleicht einen Vorschlag, vielleicht sollte der Oberbürgermeister in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Gemeinde in Dresden mit Vereinen, mit Initiativen, die sich bisher schon engagiert haben, mit den städtischen Unternehmen, die dafür in Betracht kommen, zu einer Konferenz einladen, sicher auch unter Einbeziehung der Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrates, um zu besprechen, wie die Stadt Dresden hier tatsächlich konkret hier die Hilfe vorantreiben kann. Ich denke, in dem Zusammenhang gestatten Sie mir noch ein Wort zu unserer russischen Partnerschaftsstand Petersburg. Wir haben vor einem Dreivierteljahr davon bewusst abgesehen, wie andere deutsche Städte die Partnerschaft aufzukündigen. Was bisher passiert ist, hat leider nicht dazu ermutigt, diese Beziehungen wieder aufzunehmen. Aber ich denke, wir sollten jeden Fall klarmachen, dass wir bereit sind, als Dresden diese Städtepartnerschaft mit St. Petersburg wieder aufzunehmen, wenn dort erst die Putin-Marionetten in den Orkos der Geschichte gelandet sind. Vielen Dank. Schönen Dank. Nächster Redner, Herr Pinkert, bitte. Danach Frau Fius-Jene. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Es ist entsetzlich, welche Gründe dazu führen, eine Städtepartnerschaft mit einer Gemeinde oder einem Gebiet in der Ukraine zu begründen. Jeder Krieg oder militärische Auseinandersetzung ist zu verurteilen und auch die mittelbare und unmittelbare Beteiligung daran. Schuldzuweisungen sind unsererseits derzeit nicht angebracht, da hier der gesamte historische Kontext betrachtet werden muss. Und dieser beginnt weit vor dem direkten Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dies ist aber nicht Gegenstand dieser Vorlage. In diesem unsäglichen Krieg verlieren täglich weiterhin Zivilisten, Wehrdienstpflichtige und Freiwillige ihr Leben und dies auf beiden Seiten. Hoffen wir, dass diese militärische Auseinandersetzung schnellstmöglich friedlich beigelegt wird. Dann sollten wir einer Gemeinde oder einem Gebiet, die direkt betroffen sind, die Partnerschaft anbieten. Hier sollte schon jetzt versucht werden, entsprechende Gemeinden zu kontaktieren. Und hier in Dresden Kriegsflüchtlinge aus diesem Gebiet zielgerichtet ausgebildet werden für den Wiederaufbau. Das bedeutet, dass schon jetzt mit der Hilfe indirekt begonnen werden kann. Wir verstehen nicht, warum eine Gemeinde in der Westukraine als Partner gewählt wurde, die glücklicherweise vom direkten Krieg verschont blieb. Auch wenn argumentiert wird, dass hier aufgrund Europapreisträger Städte schon vorher Kontakt bestanden. Wir denken, dass es nach hoffentlich baldigen Friedenseintritt bedürftigere Gemeinden in der Ukraine gibt, die dringendere Unterstützung benötigen. Wir bitten Sie daher, diese Vorlage zurückzuziehen in einer Gemeinde oder einem Gebiet, welche leider direkt betroffen sind, die Partnerschaft anzubieten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und hoffen wir auf baldigen Frieden in der Ukraine und in der gesamten Welt. Nächste Rednerin, Frau Fius-Jene, danach Herr Mattis. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, also dieser Geschichtsklitterung der AfD, da bräuchte ich jetzt eine halbe Stunde, um da mal einen Vortrag zu erhalten, wann, wo, welche Schuldzuweisung. Also für mich ist ganz klar, wer am 24. Februar letzten Jahres den schwarzen Peter selbst in die Hand genommen hat. Denn es war Russland, das die Ukraine bombardiert hat. Niemand anderes. Hier ist die Schuldzuweisung eindeutig. Tut mir leid. Passiert mir selten, aber heute muss ich es wirklich sagen. Den Ausführungen von Johannes Licht, die würde ich 100 Prozent unterstreichen. Und den kann ich jetzt auch nur wenig hinzufügen, was die Analyse dessen, warum das gut und notwendig ist, betrifft. Herr Pinkert, Sie haben aber offensichtlich weder zugehört noch die Vorlage gelesen. Weil, wenn Sie dem Oberbürgermeister von Schmelnicki zugehört hätten, hätten Sie auch mitbekommen, dass die natürlich nicht vom Krieg verschont sind, so wie Sie es gesagt haben. Und das Zweite ist die Gründe, warum es nun Schmelnicki ist, als Stadt steht nun auch ziemlich transparent in der Vorlage drin, weil es eine der Städte ist, die jetzt noch keine deutsche Partnerstadt haben. Und ich finde, da schließe ich mich Johannes Lichty auch ausdrücklich an und möchte das wirklich unterstreichen, dass das eine wirklich ganz herausragend gute Idee ist, hier nicht einzeln eine Solidarpartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt einzugehen, sondern tatsächlich hier auf die wirklich gewachsene und gute Zusammenarbeit, die es ja im deutsch-französischen Verhältnis nun wirklich schon sehr lange gibt, da anzudocken und sozusagen diese guten Erfahrungen dann auch mit einzubringen. Ich habe ja nun die Ehre, ich empfinde es wirklich so, hier die Stadt Dresden im Rat der Gemeinden und Regionen Europas vertreten zu dürfen, zusammen mit Mario Schmidt und mit Magnus Hecht. Ich bin im deutsch-französischen Ausschuss und da kriegen wir ja bei all den Sitzungen, die stattfinden, eben mit, dass spätestens seit Beginn des Krieges dort alle Überlegungen auch immer mit Blick sind, wie kann man diese europäische Verständigung eben jetzt auch in Richtung Ukraine ausbauen. Und das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Ich möchte hier noch einen Punkt, ich habe bewusst jetzt mal die Gelegenheit gewählt, um das hier auch mal im Plenum anzusprechen. Ich finde, die Stadt Dresden macht wirklich eine sehr gute internationale und eben auch europäische Arbeit. Wir, die wir jetzt eben, wie ich es gerade schon genannt habe, auch in diesen europäischen Gremien sind, kriegen da ja auch eine Menge mit. Aber mein Wunsch wäre es, ich habe das an verschiedenen Stellen auch schon artikuliert, dass man dieses Thema Internationales und Europa stärker noch an den Stadtrat anbindet, damit es nicht irgendwie doch so manchmal ein bisschen abgehoben und in der Ferne ist. Und deswegen würde ich ja nach wie vor vorschlagen, dass man das Thema Internationales Europa auch mit an einen der Ausschüsse anbindet. Ich sage es jetzt mal so ganz pragmatisch, da die drei Mitglieder im RGAE, alle drei im Kulturausschuss sitzen, Kultur und Wissenschaft, was ja jetzt auch mit angedockt ist am Kulturausschuss, sowieso per se eigentlich die Bereiche für internationale Zusammenarbeit und grenzübergreifendes Denken sind, fände ich es sehr naheliegend, wenn man in diese Richtung weiterdenkt, sodass wir, wenn das eben mal an den Ausschuss noch mit angebunden ist, einfach der Austausch zwischen Verwaltung und uns StadträtInnen und umgekehrt, wenn wir eben in diesen Gremien sind, dass wir auch Rückmeldungen geben können, noch intensiver ist. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal anregen. Ansonsten freue ich mich, dass im Prinzip dieser Geist des Élysée-Vertrags, das stand ja auch in der Vorlage, aber ich durfte auch da ja bei der 60-Jahr-Feier vom Deutsch-Französischen Ausschuss in Paris tatsächlich mit dabei sein, dass dieser Geist des Élysée-Vertrages, dieser europäische Geist jetzt hier auch im, ich will gar nicht sagen im Kleinen, aber im Konkreten mit den Städten Straßburg, Stuttgart, Dresden und Schnellnitzki weiter verfolgt werden soll. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, schönen Dank. Internationales und Europa hat natürlich auch viel mit Bildung zu tun. Jetzt Jens Mattis, bei Bedarf steht Frau Mühlbach bei mir auf der Liste, würde dann die nächste sein. Bitteschön. Ja, Herr Bürgermeister, liebe Damen und Herren, ich sehe der Erklärung der Frage, wer hier in der Stadt für Außenpolitik zuständig ist, mit Interesse entgegen. Man kann auch, sage ich jetzt mal, den sehr grundsätzlichen Ausführungen des Bürgermeisters in der Videobotschaft und von Frau Filius-Jene zu den europapolitischen Aspekten auch wenig hinzufügen. Ich möchte erstens sagen, dass die Linke selbstverständlich den Antrag oder die Vorlage unterstützt. Zweitens, dass wir praktische Solidarität mit der Ukraine für eine sehr gute Sache halten und deshalb sehr dafür sind, so zu verfahren. Drittens, ein wenig weniger Eigenlob wäre hier im Hause angemessen, weil ich habe ja mal in den Vorbereitungen im Ausschuss nachgefragt, was denn konkret angedacht ist. Bei der ersten Sache, da hatten wir noch was erzählt von, ja, unserer ausgedienten Computer aus unseren Schulen, die könnten anschließend doch vielleicht Schüler in ukrainischen Schulen glücklich machen. Da ruderte man dann später zurück, spätestens als man gemerkt hat, dass es der Ukraine selbst unter Kriegsbedingungen besser gelungen ist, Schüler das digitale Lern zu ermöglichen, als es uns während Corona gelungen ist. Also da ist die Hilfe der Hightech-Stadt Dresden vielleicht nicht ganz so dringend. Auch die Überlegung, dass Busse, die hier nicht mehr den EU-Normen genügen, aber sehr gut noch in der Ukraine fahren kann, ist zwar prinzipiell praktische Hilfe vielleicht, aber ob das so die ganz tragfähige Zukunftsidee ist, wird man sehen. Ich bin da in der Debatte stehen, das wäre mein Wunsch und ich hoffe, dass dann die wohlklingenden Wurde, die man heute hören wird, die man in der Vergangenheit schon gehört wird, sich dann auch niederschlagen, wenn wir dann über die finanziellen Konsequenzen für Dresden aus dieser Solidarität mit dieser ukrainischen Stadt reden. Und eins möchte ich noch sagen, warum ich es doch für eine sehr, sehr gute Idee halte, diese praktische Hilfe und diese Solidarität auf der kommunalen Ebene anzusiedeln, war eins ist aus meiner Sicht sicher und das ist für uns die Linke auch ganz wichtig. Diese Hilfe, die wir als Kommune leisten können, wird auf jeden Fall eine zivile Hilfe sein und die wir die Ukraine gut gebrauchen können. Herzlichen Dank. Schönen Dank. Frau Mühlbach, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dornhauser, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, liebe Dresdnerinnen und Dresdner am Livestream, eine Solidaritätspartnerschaft mit der westukrainischen Stadt Kremlinicki als gemeinsame Solidaritätspartnerschaft der Städte Dresden, Stuttgart und deren französischer Partnerstaat Straßburg auf den Weg zu bringen und möglichst schnell eine entsprechende Vereinbarung zu unterzeichnen, das will diese Vorlage, nicht mehr und nicht weniger und meine Fraktion, das darf ich sagen, wird dieses Anliegen entschlossen unterstützen, genauso entschlossen, wie der Oberbürgermeister der ukrainischen Stadt in seiner Rede deutlich gemacht hat, die Ukrainer ihr Land verteidigen und mit einer Stadt eben, die anders als Sie, Kollege Pinkert, gesagt haben, weil Sie offenbar mal wieder nicht zugehört haben, auch als westukrainische Stadt mittelbar und unmittelbar betroffen ist vom Kriegsgeschehen. Umso mehr unterstützen wir diesen Antrag, weil hier eine nicht formalisierte Partnerschaft zügig auf den Weg gebracht werden kann und damit vor allem, Herr Lichti, auch humanitäre Hilfe geleistet werden kann, aber Sie haben das gesagt, Hilfe, die auch langfristig angelegt sein soll. Und damit geht diese Partnerschaft über den Gegenstand vieler anderer Partnerschaften hinaus, die die Stadt Dresden bisher hat. Sie ist sogar die einzige bisherige Solidaritätspartnerschaft dieser Art. Die Partner wollen sich unterstützen, das wurde schon gesagt, in den Themen Wirtschaft, Bildung und Transport, aber auch beim Klimaschutz und beim Austausch zwischen Hochschulen und Universitäten. Und ich bin davon überzeugt, dass die in Dresden ansässige Universität und die Hochschulen den Wunsch der ukrainischen Stadt nach Austausch, nach Praktika, nach Sommerkursen, nach Meisterklassen, nach Workshops auch entsprechend unterstützen werden. Und dass die Stadt Dresden vom Engagement Kmenitskis auf dem Gebiet des ökologischen Wandels, für das sie übrigens 2021 den Europapreis erhalten hat, unbedingt profitieren kann. Lieber Kollege Mattes, Sie erlauben, dass ich kurz auf Ihre Anmerkung eingehe. Ihre Fragen fand ich schon im Ausschuss deplatziert. Denn diese Vorlage gibt eben in der Tat noch nicht jeden Punkt und jede einzelne Fragestellung der Zusammenarbeit vor, sondern sie lässt Freiräume. Und sie fordert ausdrücklich die Zivilgesellschaft, die private Wirtschaft und die städtischen Tochterunternehmen auf, sich in diese Partnerschaft mit einzubringen. Und vor dem Hintergrund, damit komme ich auch zum Ende, möchte meine Fraktion gern wissen, Herr Donhauser, inwiefern angedacht ist, auch die ukrainische Gemeinschaft vor Ort gegebenenfalls in diese Partnerschaft entsprechend mit einzubeziehen, von deren Erfahrungen ja immerhin oder von deren Erfahrungen in beiden Ländern ja immerhin diese Partnerschaft profitieren könnte. Die ukrainische Gemeinschaft hat ausdrücklich darum gebeten, dass wir an dieser Stelle ihr Interesse dort mitzuwirken auch kommunizieren. Darüber hinaus hoffen wir natürlich, dass diese Vorlage, die auch wir sehr gut finden, heute eine breite Mehrheit erhält und die Partnerschaft bald unterzeichnet werden kann. Vielen Dank. Ja, die Anregung nehmen wir natürlich mal mit. Schönen Dank. Jetzt steht Herr Lichti bei mir noch als verzichtet. CDU-Fraktion? Nein. Freie Wähler, freie Bürger? Nein. Und FDP, Heubert Zastrom, bitte. Ja, in aller gebotenen Kürze. Klar, volle Unterstützung für diese Initiative von der FDP-Fraktion. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen, dass wir jetzt auch als Stadt so eine institutionalisierte Form finden. Etwas, wo bei allen Möglichkeiten, die diese Partnerschaft, diese Art der Partnerschaft natürlich bietet, aber uns natürlich trotzdem auch ein bisschen zwingt, nämlich etwas mit einem gewissen Plan dann auch zu machen. Es gibt ja in dieser Stadt ganz tolle private Initiativen, verschiedene Engagements. Wir haben es als Stadtrat ja auch schon gemacht mit der Hilfe für Butscha, Busse für Butscha damals, was glaube ich eine ganz großartige Aktion gewesen ist. Aber es gibt auch andere Initiativen, wenn ich auch an Journalisten hier, Christoph Springer von der SZ denke, die auch Güter in die Südukraine beispielsweise bringen oder Palais Sommer, der sich um so ein Kulturprojekt gerade bemüht. Also es gibt ganz verschiedene Sachen. Die Natalia Bock, hallo, kennt das alles und da gibt es auch einen regen Austausch mit der ukrainischen Community hier in dieser Stadt. Und das ist alles ganz gut, aber ich glaube schon, dass es auch der Stadt gut zu Gesicht steht, wenn wir da jetzt mal so ein bisschen den nächsten Schritt gehen und versuchen mit ein bisschen mehr Plan, mit ein bisschen mehr Organisationsstruktur auch seitens der Stadt etwas zu machen. Weil privat ist das auch umso länger. Der Konflikt dauert ja auch schwierig, da immer die Kraft so zu behalten. Das wissen wir alle. Und da ist glaube ich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass die Stadt dort auch selbst jetzt unterstützend eben mit dieser Initiative für die Stadt dort aktiv wird. Trotzdem hoffen wir natürlich alle, dass das bald Frieden gibt und dass die Unterstützung sich vielleicht auch wandeln kann. Nämlich viel lieber würde ich hier in diesem Stadtrat über Aufbauhilfen sprechen, über das, wie wir unser Know-how vielleicht auch in die Ukraine bringen können, wie man konkret was zum Aufbau für die Zukunft machen kann, als jetzt einfach nur Not zu lindern. Das wäre doch viel schöner, wenn wir das machen könnten. Das wäre vielleicht auch ein Projekt für junge Leute in dieser Stadt, sich dazu engagieren, was aufzubauen. Aber jetzt für den Moment ist das ein richtiger Schritt und wir unterstützen das natürlich. Danke. Schönen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Da würde ich ins Abstimmungsverfahren kommen. Grundlage ist der Ausschussbericht allgemeine Verwaltung. Wir würden zunächst über die Ergänzung der Dissidenten abstimmen. Wer diesem Ergänzungsantrag, der den Ausschussbericht um einen Punkt vier ergänzt, zustimmen kann, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Mit 46 Ja, 14 Nein, drei Enthaltungen mehrheitlich so beschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank.